Oh, ich will kein Ritter werden. Zeig mir mal deinen grauen Wurm. Können Sie mich zum Ritter schlagen? Er tut's so, als würde er's machen, er macht's eh nicht. Komm, mach's! What the fuck, Alter! Guter Mann! Guter Mann! What the fuck, Alter! What the fuck! Das haben wir aber jetzt nicht gefilmt. Aber hat's die Kamera noch gefilmt? Nee, ich glaub das... Die ist noch an. Also Leute, ich hab grad zufällig zu so einem Typen gesagt, zeig mir mal deinen grauen Wurm. Hab gesagt, also ihr habt's ja wahrscheinlich gehört, er hat ihn halt wirklich ausgepackt, seinen grauen Wurm. Ja, sehr gut.